Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Wir haben heute sehr interessante Infos in Bezug auf die Krankheit von Hamzad Shimaev, was genau dahinter steckte, dass er jetzt bei der UFC in Saudi-Arabien nicht antreten konnte. Wir haben ein Statement von Hamzad Shimaevs Management bezüglich der Ruhestandgerüchte um Hamzad Shimaev und wir haben ein klares Statement von UFC-Präsident Dana White, der enttäuscht von der Situation mit Hamzad ist und sich das Ganze für die Zukunft auf jeden Fall anders vorstellt. Um nichts zu verpassen, lasst hier gerne ein Like und ein Abo da, denn 70% der Zuschauer haben diesen Kanal und nicht abonniert. Tut dies doch gerne, würde mich sehr auf euren Support freuen und vielen Dank dafür. Hamzad Shimaev zog seine Teilnahme an der UFC-Saudi-Arabien-Veranstaltung zurück und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, so dass sein Gegner Robert Whittaker am 22. Juni nicht mehr gegen Hamzad, sondern jetzt gegen Ikram Ali Skerov antreten wird. Ikram Ali Skerov ist ein Fighter aus dem dagestanischen Camp von Khabib, der damals bei Brave gegen Hamzad Shimaev gekämpft hat und diesen brutalen Uppercut-K.O. erlitten hatte. Dieser hat auf jeden Fall einiges an Potenzial. Hamzad Shimaev ist die einzige Niederlage von Ikram Ali Skerov und mit einem Sieg über Whittaker könnte die UFC Ali Skerov gegen Hamzad Shimaev 2 das Rematch promoten. Und ich denke, deshalb haben sie auch Ikram dort gegen Whittaker eingeführt, weil sie hoffen, dass er Whittaker besiegt, damit sie dann ihn gegen Hamzad buchen können, weil das natürlich auch ein sehr, sehr gehypter Fight wäre. Nur eine ganz kleine Info am Rande. Es ist der allererste Kampf in UFC Saudi-Arabien angesichts des Erfolgs, den der Boxspurt in der Region hat, war dies eine Chance für Hamzad, dort ebenfalls seinen Fans geile Kämpfe zu bieten. Er ist ungeschlagen und hat seine beiden Kämpfe im Mittelgewicht bisher gewonnen. Nach bekannt werdender Nachricht äußerte White jetzt seine Befürchtung, dass es sich um eine gewalttätige Krankheit handeln könnte, die ordentliche Schäden hinterlässt. Ein Mitglied von Hamzads Team postete auch ein Bild aus dem Krankenhaus. Spätere Meldungen bestätigten zwar, dass es sich um etwas ganz, ganz Bestimmtes handelte, doch Hamzad hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er anfällig für Rückschläge ist. Auch während er Covid hatte, ist er dem Sport erstmal fremd geblieben und hatte auch mit, ja, ich sag mal, Ausscheiden aus dem Sport gerechnet. Hamzad Schimalf sagte Folgendes in Bezug auf dieses Problem mit... Dana White sagte jetzt Folgendes in Bezug auf das Problem mit Hamzad Schimalf. Das Problem ist, dass wir wirklich nicht wissen, was los mit ihm ist. Jedes Mal, wenn dieser Kerl kurz vor einem Kampf steht, habe ich Videoaufnahmen gesehen, auf denen er schwer krank am Boden liegt und ich weiß nicht warum. Er wurde wieder ins Krankenhaus eingeliefert, er hatte drei oder vier oder fünf Tage nicht trainiert, ich weiß es nicht genau, wie viele es waren, aber wir konnten ihn am nächsten Wochenende ganz klar und deutlich nicht in einen Kampf schicken. Deshalb wird Hamzad bei der UFC Saudi-Arabien nicht kämpfen. Ich habe diesen Jungen auf Fight Island gesehen, er wollte direkt nächstes Wochenende nach seinem ersten Kampf wieder kämpfen. Ich habe ihn am nächsten Wochenende kämpfen lassen und er sah einfach nur unglaublich aus. In letzter Zeit war es schwer, ihn in das Oktogon zu bekommen, ihn wieder kämpfen zu lassen. Jedes Mal, wenn er kurz vor einem Kampf steht, wird er richtig krank. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt wieder ausfallen wird. Ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist ja nicht so, dass er hier in diesem Land ist und wir hier die besten Ärzte des Landes im UFC-Bereich haben und ihn zur Verfügung stellen können, die ihn untersuchen können oder sonst irgendwas. Er ist sozusagen von der Bildfläche verschwunden und es ist schwer, damit umzugehen. Und ja, das zeigt natürlich die ganz klare Frustration von UFC-Präsident Dana White, der keine Kontrolle über Hamza Chimaev hat. Er ist nicht in den USA, er kämpft nicht in den USA, er ist bei den USA-Ärzten nicht unter Kontrolle. Die UFC hat keinen Überblick, kein Vertrauen in Bezug auf Hamza Chimaev und seine Zukunft und auch seine Kämpfe, die er halten. Ja, absolvieren möchte in der UFC, das nervt den UFC-Präsidenten und frustriert natürlich auch auf der anderen Seite. Das Verhältnis ist bestimmt für die Zukunft zwischen den beiden Parteien nicht mehr so solide wie vorher. Das Team von Hamza hat jedoch eine positive Einstellung. Sein Manager Matschdi Chimaev deutete an, dass Hamza auf jeden Fall wieder zurückkehren wird. Eine Rückkehr, ein Ruhestand vom MMA ist für ihn ausgeschlossen. Hamza ist letztendlich jemand, der aktiv sein wollte. Mittlerweile ist er ein reicher Mann, hat viele gute Kämpfe in der UFC bestritten, schon gutes Geld verdient, hat polarisiert und vielleicht ist der Hunger auch nicht mehr so da wie vorher. Weitere Siege würden ihm ganz klar einen Titelkampf im Mittelgewicht gegen Duplessis oder Adesanya näher bringen. Der Südafrikaner wird in seinem nächsten Kampf bei UFC 305 gegen Adesanya antreten, so dass Hamza Chimaev einen großen Kampf ins Auge fassen könnte. Hätte er jetzt gegen Whittaker gewonnen, wäre er direkt der Nächste in der Reihe, vielleicht für Adesanya, vielleicht Duplessis. Letztendlich hat sein Manager aber bestätigt, dass Hamza Chimaev nicht in den Ruhestand gehen wird. Das ist absolut nicht wahr, sagte er. Wir haben vor, dieser Situation und den Problemen auf den Grund zu gehen. Er wird zurückkommen, sagte Matschdi Chamas. Hamza liest dieser Aussage einen Instagram-Post folgen, der ihnen einen besseren Zustand zeigt. Das Foto unten zeigt Hamza Chimaev auf einem Traktor, der sagt, dass Allah der beste Planer ist. Wir planen immer etwas, aber Allah hat seine eigenen Pläne. Alhamdulillah, sagt er hier. Unterdessen erklärte Abdulaziz Abdul Wahabov, ein Pro-MMA-Fighter gegenüber Ustaya Kaya, Hamza hatte eine Lebensmittelvergiftung. Das haben mir meine Engfreunde gesagt. Das hat dieser öffentlich geäußert und ob das so klug war, das öffentlich zu äußern, ohne dass das jetzt selbst vom Team von Chimaev kam, weiß ich nicht. Viele Fans sind durch diese Aussage auf das Team von Hamza losgegangen. Wegen einer Lebensmittelvergiftung sagt er den Kampf ab, was soll das und das ist doch lächerlich und so weiter und so fort. Letztendlich ist es so, dass er noch sagte, das kommt vor. Wir können alle krank werden oder uns verletzen. Eine Lebensmittelvergiftung ist immer gefährlich. Einen Kampf mit einer Lebensmittelvergiftung anzunehmen ist gefährlich. Er kannte seinen Zustand, aber er wusste nicht, dass er in so einer Lage sein würde. Deshalb kann er nicht kämpfen. Deshalb hat er diesen Kampf abgesagt. Das ist natürlich schrecklich, dass es so schlimm endet. Also ich weiß natürlich, eine Lebensmittelvergiftung kann dich ganz schön aus der Bahn werfen und kann natürlich dich komplett lähmen, in schlimme Schmerzen versenken und dafür sorgen, dass du halt einfach nicht mehr in der Lage bist, natürlich für einen hochkarätigen Kampf auf Pro-High-Level zu trainieren und dementsprechend zu kämpfen. Für die UFC ist das alles natürlich schwammig. Die UFC hat das auch gehört. Die UFC weiß sicher, dass eine Lebensmittelvergiftung dahinter steckt. Aber sie haben halt keine Kontrolle der eigenen Ärzte, um zu bewerten, was daran stimmt, was daran nicht stimmt. Hamzat war auch, glaube ich, nicht in Saudi-Arabien. Er war weiter in Dubai im Krankenhaus und dementsprechend konnte die UFC auch kein direktes Auge darauf werfen. Und ich weiß natürlich nicht, wie lange Hamzat jetzt ausfallen wird. Wird er das Ganze verschieben? Ich denke, wir müssen die UFC in Saudi-Arabien abwarten, ob Ikram jetzt Whitaker besiegen wird. Wenn Whitaker Ikram besiegen wird, wird er sagen, ey, ich gebe Hamzat nicht nochmal die Chance, ich habe keinen Bock drauf. Aber wenn Ikram Whitaker besiegen wird, wird die UFC sagen, Ikram, du bist der Nummer 1 Contender, gib Hamzat den Kampf, du kriegst deinen Rematch. Und wer von euch dann gewinnt, kriegt den Titelkampf. Das wäre auf jeden Fall krass. Der kann auch gutes Englisch, den kann man gut promoten. Insofern, wie gesagt, es gibt viele Leute, die hungrig sind und ich hoffe, Hamzat will nochmal angreifen, weil mittlerweile schon sehr, sehr viele andere Killer am Start sind, wie Ikram, wie Shavka Drachmonov und viele mehr. Aber es ist, wie es ist, das ist das Game. Schreibt mir eure Meilen dazu in die Kommentare, was sagt ihr zu den ganzen. Lasst ein Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal, hier bei No Time in May.